Hallo YouTuber und Willkommen zum Let's Play GTA San Andreas So wie ihr seht liegt bei mir Schnee Also ist Winter sozusagen Das habe ich selber gemacht Also müssen richtige Auto machen Jetzt gerade fahre ich mit dem Stapler Wir schauen langsam hier Das ist eine Müllweide Ich glaube schon 20 Jahre Ich kann den nicht holen Dann nehmen wir ein anderes Auto Er hat kein Allrad Nehmen wir ihn fahren müssen Oder Columbo halt Ja der hat genug Allrad Eine Sache ist immer Buckeln hat flogen und steilen Und da sind wir Luftfahren Und auch ein Pugati Ja, das ist mein Pugati Ja, das wäre ein Pugati Echt? Ja, das ist ein Pugati Ja, das ist ein Pugati Ist das ein Pugati? Ja, das ist ein Pugati Nein, ich fahre nicht Ich habe schon Sagen Das ist ein Pugati Ich bin ein Pugati Nein, 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 da ist eine Kuloreca, glaube ich. Nee, Bugatti ist besser. Ja, okay. Wie die sich dreht. Nochmal einmal. So, was ist das für ein Auto? Und ich habe auch einen Car-Spawner. Also ich kann jedes Auto hier spawnen lassen, wo ich will. Also, dann gucken wir mal, was es so gibt. Lando. Was ist das, ich weiß es nicht. Schrotkichten, Schrot. Königseck. Komm, wenn wir der Hauptraue. Der ist eh gerade einmal gesehen. Ich weiß nicht. Zäh, das ist ein Tauch. So, wo man zählen ist, muss man Eis machen, oder? Ich nehme halt die Kabel hier. Hätte man auch keine Eis machen, wenn man halt keine Eis bekommen hat. Das Spiel habe ich auch auf 100% durchgespielt, wie man sieht. Und hier kann man mal in McDonalds fahren. Also bei dem Spiel ist eigentlich alles in echt. Und man sieht, hier ist McDonalds. Und jetzt auch ein anderes Auto. Das passt mir. Das sieht mit den hier rein. Ich habe mir alles in euch irgendwo murderer gelegt. Ich habe das gemacht. Ich habe es mit einem Auto gelegt. Und ich habe es mit einem Auto gelegt. Ich hab ausgedrückt. Ich hab ausgedrückt. Hast du gesehen, das Blätter? Wir haben ein Panzer? Nee. Nee, wir haben ein schnelles. Bus? Nee. Komm, wir haben so ein Mini-Auto. Nee, das geht nicht. Echt? Was geht das? Bus. Komm, wir haben Pizza-Vorteile. Oh, ja. Nein, wir haben die. Ich hab nicht die Schwerfe. Danke. Sicher ist nicht. Ja, ich bin die Schwerfe. Die Schwerfe im Schwerfe. Das ist nicht. Nichts, wir haben nicht das Idiot. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Du ins Meer. Schade, schöne Karre, aber egal. Lassen wir sie halt ins Meer fahren. Ja, da ist eins. Oh, wieso kommt die Polizei? Wir haben bloß Co-Cup, sonst nix, das gehört uns. Das gehört uns, das ist halt gar nicht laut. Ja, das war voll zu fast. Das muss eigentlich auch schnell gehen, die normalen Gehter sind halt erst. Ah, fuck. Okay. Jetzt noch mal runter. Oh, oh. Oh, ich muss nicht verziehen. Jetzt ist der andere Herdfahrer. So. Deine Betrachten. Und jetzt sucht das bestimmt zwei Schleifern. Wenn wir schon mal weg. Jetzt einfach mal weg. Da ist so ein Koppchen. Was ist denn da? Was ist so ein Koppchen? 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 Das ist dein Kaffee. Ich bin schon. Das geht. Das geht. Nehmen wir ein Boot. Ja, was will ich mit dem Boot auf der Straße? Ich kann nicht fahren. Das ist kein Golfwagen. Nein. Verstehst du? Du musst schnell bekommen. Ich kann nicht mehr gehen. Ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. Das kann man sagen. Hörst du? Schlafen wir in der Pumpe. Schlippt es. Es ist der Klang. Schlafen wir nicht. Hörst du? Nein! Hast du einen Fallzug? Nein. Ja, wir sind so ohne falsch und runterspringen. Ich weiß nicht, aber ich krieg's nicht. Ich spring doch einfach runter. Ja, du schmeißt ne Bombe. Ich schmeiß mal ne Bombe runter. Oh, Taxi, ich leihre dich. Egal, der Motorrad fahr ich fast nicht hier. Oh je, da ist noch der Motorrad. Ja, der Wester wird reint aus. Ja, die Vespa. Ja, Vespa. Ja, der Wester wird reint. Ja, der Wester wird reint. Ja, mach mal den Skogel. Mach mal einfach mal ne Schnell Karikow, beschlebt Puller-Augern. Und dann halt so schnell weg. Und dann ziemlich gut. Ja, mach mal ne Schnell. Ja, ich schlau den Walden. Ich kriege auf den Flutzeilen. Ohne Busch. Ja, ich schlau jau. Ja, ich schlau jau. Ich mach das. Ja, ich schlau. Der Kar such. Der Kar such. Ja, ich schlau jau. Ich schlau jau. Schlau. Ich schlau jau. Ke Arme. Ich schlau jau. Ich schlau. 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 Und ich glaube auch mit den Dördern, die Kanzlerin in der Hände verschwinden. Ich glaube nicht weiss ich ja nicht auch die Kanzlerin nicht mehr so wäre, dass es so. Aber verdammt! Aber wenn wir das, was diesem Video haben... Ich glaube nicht, wir haben gerade über Fremde. Also habe ich hier, das ist hier, das andere.... Willkommen, warum ich nicht wirklich, weil ich nicht wirklich... Jetzt riecht die Schleiber, 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 hinterher mit Blipsel, Regner, einfach eine schnelle Kabel. Oh, Gelände, ich hab komm ans Gelände, findet uns die Polizei nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Nein! Die Polizei, die Polizei, die Polizei, die Polizei. Ich weiß, die Polizei. Die Polizei, die Polizei. Die wurden fast verletzt und verletzt. Die sind schon mit einem Schrauben. Die sind die Stärke-Grunde. Er hat die Stärke geklappt. Die sind die Stärke durch den Gernsten. Sie sind die Stärke-Grunde. Das ist die Stärke-Grunde. Das war's. Ja, das ist schon mal der Uwe drauf. Ja, das ist schon mal gut. Äh, es gibt schon mal Hokus. Ja, das ist schon mal rein. Ja, so. Ja, fahren wir jetzt oben, oder? Ja, wir fahren uns zusammen. Wir fahren uns da rein. Das war's, das war's, das war's. Wir fahren uns, das war's nicht mehr. Wir fahren uns mit Frank. Was? Machst du? Machst? 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 Wie kam ein Falschen? Wie geht denn hier hin? Weiß ich, wo die Worte runterfallen? Na, wie ist es? Oder runterfliege? Oh, was geht? Jetzt weißt du nicht mehr, wo du bist. Oh, jetzt ist auch kein Falschen mehr. Fast. Oder? Vielleicht auch nicht. Oder? Nee, das ist nicht mehr. Also, jetzt machen wir eine Kuss. Oh, da ist sie. Oh, da ist sie. Er läuft. Ich brauche einfach mal sein, wenn sie weg ist. Schnell. Oh! 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 Das war's, das war's, das war's. Shtt, du hast alles was. Ja! Cool, Knochen. Steek extra in die Hose. Steek extra in die Hose. Doe, bitte, bitte. Hose, bleibe. Die Hose, bleibe. Ich bin jetzt schnell. Ich bin jetzt richtig. Hose, was ich wieder? Warte, ich bin jetzt hier. So, I'm for high-frog, but most high-frog, I don't want to miss a day, too. Da, unten! Boah nee, ich hab's morgen, das ist wirklich geil, ne? Nein, ich mach's nicht! Komm weg! Was machst du? So, das war's grad, die Nukle-Aubung. Wir sind, fliege ich weg. Bist du ein Fall-Toden? Nee, egal. Wir lernen's ja noch. Das war ja nichts, ne? Was war das? No, noch mal keine Kupferle. Mein Panzer. Nee. So, jetzt steht da oben, the day after. Wegen der Nuklearexplosion. Wieso ist da alles so komisch? Ja, weil ich hier vorhin ne Bombe hochgelassen hab. Das ist 10.000 Jahre später. Du wirst hier noch sein. Und jetzt machen wir mal das Abo-Zwachs. Ich muss noch was eingeben. Bist du? Die Cards your name? and it's Gild-Sus-Sus-Sus. Bring dir Tio-Devh-Hörse in die Kamera. Also, jetzt habe ich hier nochmal was. WM, WM. Seht ihr hier, ich habe jetzt ein Feuerwerk angezündet. Das wird man wahrscheinlich nicht so gut sehen. Ich gucke einfach mal hier mit dem Ding. Das sollte seine Silvestre-Pistole aus. Wir haben das aufgemacht, dann ist die Polizei gekommen. Dann haben wir gesagt, wir feiern das bloß. Ein bisschen. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Das geht nicht. Jetzt kommt sie nicht mehr. Ja, aber ich frage mir das eigentlich. Wir haben ausgestimmt noch auf. Ja, die letzte. Vollständig. Das nochmal einig, ey. Ja. Ja. So, was können wir machen. So, wo heimli und die Panzer holen. Und hier sind die Häunen, da hab ich. Ja, ich hab's geboten. Ja, ich hab's geboten. Komm mal das Motorrad dann, glaube ich. Ich hab' benutzt den Motorrad, dann glaube ich. Ich rüchte die Autos, hier. Das ist ein Motorrad. Halt mal heim. Ich hole jetzt ein anderes Auto. Das ist nicht so gut. Das steht jetzt. So hoch. Nur die, oder? Oder den? Entweder nur den oder den. Nur der gleiche. Weiß und dich doch nicht. Der hier ist ja nicht so gut. Der hier ist irgendwie wichtig und die Gegewelle. Hab ich auch einfach gehabt. So. Das ist ja so. Und ich bin da auf. Und ich bin da auf. Vomani habe ich alle eben, ja, wegschau. Und ich bin da auf. 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 Ich hab's nicht gelassen, ich hab's nicht gefahren. Wie ein Fies. Ich hab's nicht gelassen, ich hab's nicht gelassen. Ich hab's nicht gelassen, ich hab's nicht gelassen. Äh, kann ich das überhaupt nicht? Ja. Nur die? Nein, ich muss so ein kleines nennen. So ne alte Kiste. So ne... So ne... So ne... Wie, oder? Nee, ich glaub, das kann man nicht tun. Fahrrad. Was will ich Fahrrad tun? Was will ich Fahrrad tun? Motor... Motorrad machen. Neufahrer Motorrad. Ja. Oder Motorrad nicht. Fahrrad. Was können wir nehmen? Hier, BMW. Oh your name. Ich hab's nicht dran. bau oxidation, oder? Überlauch ziet es sich los, Und ... Das ist nicht so gut. Da oben ist ein Zug. Jetzt lauert er so rum. Oh ne, was macht die jetzt da? Das ist nicht so gut. Jetzt musst du die Kabe dann aufrufen. Das ist nicht so gut. 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 Schieß mich. Schieß mich. Möge die, oder? Ich bin gespannt, komm, ich komm. Bick, 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 bick. Der Oli. Nehmen wir mal den Oli. Ich weiß aber nicht, ob der den Oli auftüren kann. Guck den. Guck den. Guck den. Geht gar nix. Ich hab auch mal ne Karre aufgetünt. Was machen wir von der Form? Ein durchfallen. Äh. Was macht der? Massenberechen. Ich hab mal ne Karre aufgetünt. Dann hab ich doch das ganze Feuer reingemacht und dann hast du und dann hast du gesagt, wenn die explodieren und dann gibt's äh. Rieses. Mach man so, oder? Ne, ich kann jetzt hier unter so verschiedenen Designs halt auswählen. Ja, ne. Ach so, so. Ich muss das rausstellen. Ich glaub, man möchte noch. Ja. Mach man schlatsch rüber. Ja. Mach man schlatsch rüber. Ja, schlatsch rüber. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ach so, das schmeckt doch. Jetzt hab ich die zweite. Find ich besser. Ja, zweite. Welche distortion? Wann ist die zweite? Wann ist das süßig? Wann ist die zweite? Das ist die zweite? Nee, ich weiß nicht. Ich hab's nicht mehr zehn Wann ist die zweite? Der hat ja explodiert, oje! Weil ich was da gerne! Mach mal die! Die waren gerade Geld! Mach mal die erste! Ja! Aufführung! Ja, ist toll! Mach mal die auch! Bei mir sind die Felgen auch anders, wie jetzt beim normalen geht, ja! Mach mal die Stufe raus! Aufstehen! Ey! Mach mal die Aufstehen! Ja, was tust du? Dann hast du was! Andere! Jetzt ist es tiefer drin! Ja, tiefer! Und die Reifen! Jetzt sieht der Audi schon ganz anders aus! Hätte ich das für breite Reifen hätte! Und die Reifen hätte! Ja! 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 Das war's für heute. Ich habe ihn mit dem einen Saquil. 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 Okay, das ist hier. Wir machen es hier. Kannst du es auch machen? Morgen. Wir haben ein Fokotino. Aber hier ist nichts, nichts ist es. Das war's jetzt für heute und dann bis zum nächsten Mal, ciao!